so willkommen zurück oder es geht weiter wie auch immer nein ich habe keine pause gemacht es geht immer noch weiter in dieser aufsammlung session endlich was zum wärmen aber es wird immer kälte oder nee und hier ist noch ein schalter kack motte oder was auch immer hallo ich nenne die jetzt kack motten zombies genau weil sie kacke sind und aussehen wie motten was denn hier mhm war wohl nichts telefon rufen wir hilfe verdammt ich bin zu behindert ein telefon zu benutzen nein wir haben in einem flügel abgeschlagen und hier kommt kein so lege er will sich rächen tja das kannst du vergessen ok was ist hier drin ja hallo ist jemand ich bin zu behindert eine tür zu öffnen ok ich probiere es jetzt nochmal eins zwei drei äh hier nein hä filmdinger ok hier weiter noch mehr filmdinger wir sind ja doch nicht in äh hollywood oder so wir sind ja auf einem schiff ich verstehe jetzt gar nichts mehr was ist das ok jetzt haben wir so eine filmdingsbums und äh was machen wir jetzt damit nicht so lahm was ist das ja ok nochmal oder was ne haben jetzt irgendwas gemacht ich will doch keinen film anschauen ich will hier raus wenn ich den film anschauen möchte gehe ich ins kino ok boah ey wie fies du bist fies ein fieser scheiß zombie aha kannst nicht durch ne tür schießen oder ist das ne tür? ne ach egal egal was das ist so mit nem kampf frage ich was das ist was ist denn das für ne scheiße so wir können hier raus jumpen eigentlich hallo ist wir können da gar nicht rausschauen ist das da von außen eingefroren oder was da kommen wir her oder ja da kommen wir her hier geht's aber was hat der denn jetzt schon wieder gemacht unglaublich diese zombies macht nur scheiße ha sieht aus wie ein kino ein kleines kino dam dam und äh hier dam so jetzt mal das abdunkeln genau nice lag so schauen wir uns mal einen film an ha ein zombie ok hallöchen passiert dir jetzt auch noch was? mal was hallo da soll was passieren der film ist voll scheiße scheiß zombie ich sag dir der film ist voll scheiße was gibt's doch nicht zu kapieren hallo scheiß film da ist es echt der beschissenste film ever nein ok ich geh ich hab genug von diesem scheiße wir müssen er kommt aus der leinwand raus ah ah nein nein verdammt geh weg steven spielberg ich hasse dich also ich muss sagen bis ich gecheckt habe dass die zombies hier von der leinwand auf uns knallen habe ich echt lange gebraucht ich hab nur gemerkt oh wir haben Leben verloren wo ich es zum ersten mal gesagt habe da hab ich mal just for fun auf den geschossen und ja das hat auch seine Wirkung gezeigt hallo hm nur ein bisschen äh Lichtdingens hier in diesem raum was heißt hier nur wir sollten glücklich sein mit dem was wir hier sehen ich meine wir sind hier in einem ist survival ne backbrill ist hier wir sollten backbrill ist anrufen der wird uns dann retten aus dieser wildnis was ist denn das hier sieht aber nicht sehr gerade einladend aus da kriegt man bestimmt keine luft mehr oder was oh mein gott wir sind wieder hier reaktorschutz können wir ihn nicht abschalten unternehmen sie etwas ganz ruhig er wird bald starten es besteht kein grund mehr zur eile wie lange noch ich weiß nicht das ist ein automatischer prozess wir müssen hier raus und wohin was ist mit der Mannschaft die Mannschaft wird es schaffen Hubschrauber bereit machen ohne die Erlaubnis des Kapitäns das kann ich nicht ich werde dir schon helfen wir werden es gemeinsam tun in 10 Minuten treffen wir uns oben was passiert hier was passiert nein und der Späude funken und der Loch der Späude funken alter Schwede schnell weg hier schnell weg hier das ist ja boah was war das denn gerade ok wo geht es denn jetzt weiter also wir sind kurz davor das Display zu beenden Leute ihr solltet daher die letzten Momente noch genießen ok ich dachte das Spiel hat 30 Level aber es hat nur 20 wie es scheint die Tür hätte uns fast in die Hölle geschubst das Ort kommt mir auch bekannt wort ha deja vu alter sterben sie auf einmal Eile wir sind übermächtig na wir können uns ja einfach so wärmen schön warm hier wärme ist die Schwäche der Zombies alter oh mein Gott ist durchgebrannt das ist wahrscheinlich alles ein riesiger Trip hier das ganze Spiel so und jetzt nun ja wir suchen die Tür wir sind ja jetzt gut gewärmt das heißt wir können hier auch auf auch große Distanzen laufen so was geht hier ab Nicht zu nah an die Plattform! Achtung die Trassen! Das kommt mir doch bekannt vor, oder? Oh scheiße, wir sollten uns in Sicherheit bringen! Schnell weg hier! Scheiße, und jetzt? Wo gehts hier weiter? Ich... Was? Was ist mit mir? Ich... bin noch! Ich bin noch hier! Wo geht ihr hin? Ich bin noch! Ich werde gleich! Eine Sekunde! Ah, danke! Automatisches Türöffnungssystem! Wie auf einem Supermarkt! Ja, hier ist wieder was zu wärmen! Oh ne! Nein! Na, nicht die Waffe, die ist kacke! Geh weg! Boah, wie fies! Eng mich da ein! Ah! Toll! Ich hasse Zombies so wollen! Minecraft heißt auch in Kaios, der ist es! Was? Hm, lade doch schneller! Ich mache euch alle fertig! Ich... Ich werde euch... Scheiße, keine Munition mehr! Wartet! Wartet! Zwei Hausmeister! Ne, Quatsch, das sind keine Hausmeister! Das ist Iron Man! Nein! Wisst ihr was? Ich werde jetzt die Ladebildschirme überspringen, die jetzt kommen werden! Weil ich das... Weil ich jetzt befürchte, dass wir oft sterben werden! Ich glaube, wir sollten zuerst alle Waffen nachladen! Und dann sollten wir uns daran wagen, es mit den Zombies aufzunehmen! Ok, die nachladen! Die ist schon nachgeladen, die müssen wir nicht nachladen! Ok, wenn sie rauskommen, balle ich einfach drauf! Eh! Hallo! Halt auf damit! Na, wo's ist? Hä? Bist du dich mit anlegen? Hä? Oh, ne! Boah! Alter, wie schwer ist das jetzt? So, probieren wir es nochmal! Ah, hier können wir uns noch mehr aufwärmen, als wir jetzt schon sind! Ok! Ok, dann... Auf ins Gefecht! Bleibt im Aufzug, sag ich! Ich sollte vielleicht Visier benutzen! Aufgehen, jetzt müssen wir nachladen! Genau! 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 Ok! Rest in Peace! Oder? Boah! So schnell heben, bevor der Affe herkommt! Hallo! Das war so knapp! Das war so scheiße knapp! Nur weil wir nicht nachgeladen haben, haben wir jetzt verloren! Äh, ja! Scheiße! Ok! Jetzt nochmal zum Mitschreiben! Nachladen! Und aufheilen! So, dann diese Waffe hier nehmen! Äh, safen! Jetzt mal jetzt ganz kompliziert, aber... Naja! Ich kann mir nichts anderes helfen! Und die Zombies! Boah! Das war ja... Like a boss, alter! Nein! Das war schon richtig! So, Nummer 1! Und jetzt sein Kollege! So, jetzt zurück! Nachladen ist schnell! Und den hier fertig machen! Gut! Dann seine Waffe picken! Nochmal hier auffrischen! Nochmal speichern! Okay! Und es kann weitergehen! Boah! Die Stelle! Die Stelle des Grauens! Und da bin ich auch nie weitergekommen! Boah! Hier werden wir jetzt ohne Panik kriegen! Das sage ich euch! Was zeichnest du da? Er malt ne Postkarte! Und da ist sie! Einmal, während eines weiteren endlosen Stopps, weckte mich ein lautes Geräusch. Ich stand alarmiert auf und ging an Deck. Als sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten und sich der Himmel vom marmorierten Eis abzuheben begann, machte ich rote Spuren aus, die sich bis zum Horizont erstreckten. Als ich nach unten sah, erblickte ich den riesigen Leib eines Polarbären. Er lag auf dem blutigen Eis und kleine graue Leute liefen gestikulierend und schreiend herum und erzählten sich gegenseitig, wie sie den Bären schließlich erlegt hatten. In einer engen Spalte zwischen Eishügeln liegend, hatte sich der Bär zum ersten Mal in seinem Leben nicht der Natur, sondern deren höchster Schöpfung stellen müssen. Na gut. Hier ist Moni. Ich speichere nochmal, weil die Stelle ist echt schwer. Ah, jetzt haben wir Munition für die Waffe. Na gut. Dann ist hier noch was. Ich glaube, wir sollten noch alle Waffen zuerst nachladen, bevor wir gegen den, ich sage mal, Boss antreten. Und da ist nochmal Munition. So, jetzt speichere ich mal Nommel, damit wir nicht die ganze scheiße Nommel machen müssen. Wenn wir hier öfter sterben sollten. Gut, die Waffe hier. Okay. Da ist er. Ich habe Feuerlöscher. Wie fies. Ey, das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht, hier einfach die Feuerstellen auszuknipsen. Nein. 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 Na toll. Ich habe es gewusst. Ich habe euch gesagt, die Stelle ist schwer und es hat sich auch beschädigt, dass sie schwer ist. Boah. Das war jetzt gerade mein Stuhl, falls ihr irgendwas knacksen gehört habt. Nur ein Stuhl aus 1910. Damals wo auch dieses Schiff hier gebaut wurde. Oh je. Ich glaube, wir sollten die Waffe zuerst nehmen. Da ist er. Da ist er. Na toll. Drei Schüsse, kein Treffer. Na toll. Da wollen wir uns mal dramatisch machen und man fällt. Aber das ist das letzte Mal, dass wir in diesem Aspekt gegen diesen Wichser antreten. Zum Glück. Und das ist glaube ich auch das letzte Mal, dass wir die Desert Eagle Feuer Leuchtwaffe da verwenden werden. Na gut. Habe ich ihn erwischt? Nein. Natürlich nicht. Jetzt habe ich ihn erwischt. Stop it! Ey. Das kört sich nicht. Der löschte einfach das Feuer. Na toll. Na toll. Ich frage mich, ob ich langsam Pause machen soll. Und mir den Spaß für später aufhebe. Dann so. In der nächsten Aufnahme-Session. So. Willkommen zu der Kreise dieses. Oh. Wir sind ja in ihrem Raum. Oh. Da kommt der Boss. Fuck. Okay. Wir müssen den auf jeden Fall treffen. Jetzt haben wir ihn erwischt, glaube ich. Äh. Hallo. Auf damit. Boah. Also ich glaube, das habe ich mir für die nächste Aufnahme-Session auf. Dann sehen wir uns in den nächsten Aufnahmestation wieder und wir werden dann das Spiel durchspielen. Bis zum nächsten Part, beziehungsweise bis gleich. Servus!